Ich habe in diesem Podcast schon über so viele Engel gesprochen und dir so viele der Erzengel vorgespielt. Taniel, Raziel, Sandal von Raphael haben wir schon gesprochen, aber über diesen Engel habe ich noch nie gesprochen und ich bin ganz sicher, dass du sie kennst. Und du hörst es mir schon an, ich spreche bei dem Engel von einer Ehe und wir sprechen heute über Erzengel Gabriel. Bleib dabei und tauche mit mir ein, dann erfährst du, warum ich von Erzengel Gabriel als von ihr und ich von ihm spreche. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 337. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium der neuen Zeit und Gespräche mit Engeln ist für mich etwas vollkommen Normales. Ich habe vor guten 15 Jahren angefangen als Sprechmedium, also als Sprechchannel zu arbeiten und arbeite seither mit Erzengel Metatron. Das heißt, für mich ist die Verbindung mit Erzengeln etwas völlig Normales und heute wollen wir über Erzengel Gabriel sprechen und ich will mit dir eine persönliche Geschichte teilen, als ich das erste Mal Gabriel gechannelt habe. Das war nämlich wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr, naja, für mich auch mega überraschend. Aber erstmal wollen wir so ein bisschen die Grundsätze von Gabriel klar machen, damit du weißt, von wem ich eigentlich spreche, falls Gabriel für dich gar nicht so wirklich ein Begriff ist, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Denn Erzengel Gabriel ist einer der absolut höchsten Engel in ganz, ganz vielen Religionen und Erzengel Gabriel ist ja auch der Engel, den man kennt als Götterbote, als göttlicher Botschafter oder Botschafterin eben und als Verkünderin von großen Ereignissen. Ich meine, bei der Geburt von Jesus war Erzengel Gabriel involviert, beziehungsweise bei der Empfängnis von Jesus und nicht bei der Geburt. Und auch wenn ich das so sage, hört sich das ein bisschen anders an, als ich es eigentlich meine und ich möchte, dass du dir das für dich übersetzt, sodass es stimmig ist. Gabriel ist eine Schutzpatronin für die Kommunikation und sie ist eine Überbringerin von Nachrichten. Und für mich ist Gabriel da, um dir wirklich zu helfen, das Leben spielerisch anzugehen, Zeit zum Spielen zu haben, das Leben zu genießen. Sie ist eine wunderbare, sehr, sehr kommunikative Engeldame und sie ist ja für mich auch ganz, ganz eng verbunden mit der keltischen Göttin Bridget. Und zwar auch deswegen, weil sie ein Engel ist, der sehr stark mit Kinderwunsch zu tun hat, mit der Empfängnis, mit der Schwangerschaft, auch mit der Geburt von Kindern. Und das passt eben auch sehr gut zu der Energie von Bridget. Und wenn du Bridget kennst, dann wirst du merken, Gabriel und Bridget haben so eine Energie, die sehr verbindend ist. Ich persönlich nehme Erzengel Gabriel super weiblich wahr und deswegen rede ich immer von ihr und über sie. Genauso wie zum Beispiel Erzengel Haniel, das ist auch ein Engel, den ich immer in der Sie-Form anspreche, weil das einfach für mich beides Engel sind oder Ariel auch. Das sind für mich Engel, die für mich eine super weibliche Energie haben und dann werde ich sie auch weiblich ansprechen. Ich möchte dich aber einladen, dass du für dich guckst, welche Energie die Engel für dich haben. Ist Gabriel für dich auch eine sehr weibliche Engelin oder hast du das Gefühl, nee, das ist männlich und so wie ich das aus der Bibel kenne? Beides ist in Ordnung. Du musst es nicht so machen, wie ich es mache. Ich teile einfach das, was ich weiß. Wenn ich mich mit Gabriel verbinde, dann sind die Farben, die ich da sehen kann, ganz häufig weiß. Es kann aber auch Gold, Gelb oder Kupfer sein. Ich persönlich sehe Gabriel ganz, ganz oft in einem Eisblau, also so einen ganz hellen Blau. Auch da wiederum ein bisschen ähnlich wie Haniel, aber eben ganz oft auch noch mit Kupfer. Also ich sehe dann so dieses Weiße, Weiß-Eisblaue mit Kupfer verbunden und dann weiß ich auch so, ich habe Gabriel bei mir. Außerdem haben die zwei Engel eine so unterschiedliche Energie, ich würde sie niemals verwechseln. Gabriel ist für mich einer der kreativsten Engel und einer der Engel, die wirklich dabei helfen, dich mit deiner eigenen Kreativität zu verbinden und auch mit deiner eigenen Kommunikation. Es geht darum, dass dieser Engel ein Götterbote ist, also der Botschaften von Gott, von der göttlichen Sphäre zu der Erde bringt. Es ist jemand, der sehr, sehr viel über die Kommunikation arbeitet und natürlich dann auch die Kommunikationsschutzpatronin ist. Also wenn es um Kommunikation geht, dann wenn du merkst, hey, ich habe Mühe zu kommunizieren oder ich habe da irgendwie immer wieder eine Herausforderung, dann wäre Gabriel eine wunderbare Engelin an deiner Seite. Und Gabriel ist auch für mich ein Engel, der so, es ist so einfach, mit Gabriel in eine Verbindung zu gehen. Es ist ein Engel, der dir es nie schwer machen wird, der eine sehr, sehr fröhliche, freudige, spielerische Energie hat, der eine sehr entspannte Kommunikation hat. Und da einfach eine Geschichte, die ich erlebt habe mit Gabriel und die für mich so mega beeindruckend war, es war ein Mindblowing, diese Geschichte. Und zwar ist es eben so, dass ich ja schon ewig lange Erzengel-Metatron channele. Und wenn du mit den Engeln zu tun hast, ob du zu tun hast oder nicht, ist ja völlig egal, aber wenn du mit ihnen zu tun hast, dann weißt du, dass Erzengel-Metatron eine sehr, sehr machtvolle Energie hat. Das ist eine sehr kraftvolle Energie, eine sehr intensive Energie. Da ist sehr, sehr viel Wuff da, da ist sehr, sehr viel Kraft da, da ist sehr, sehr viel Power da. Und das muss man als Medium auch lernen zu halten. Jetzt ist es so, dass Metatron von Anfang an mein Kommunikationspartner war. Also ich war es von Anfang an sein Medium und er hat mich von Anfang an ausgewählt gehabt, um für ihn zu arbeiten. Und deswegen habe ich viele, viele Jahre immer nur Erzengel-Metatron gechannelt. Das heißt, ich habe gar niemand anderen gechannelt und ich wusste nicht, wie sich das unterschiedlich anfühlen könnte, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin. Das ist ja schon sehr lange her. Das ist schon gute 15 Jahre her. Und irgendwann, wahrscheinlich vor etwa, keine Ahnung, vielleicht um 2012 herum, also so 12, 13 Jahre her, war bei mir, als ich für ein Monats-Channeling mich verbunden habe, hieß es Erzengel-Gabriel-Kommt. Und ich habe mich dann hingesetzt, in meinem kleinen Studio damals vor vielen, vielen Jahren, Mikrofon vor die Nase genommen und mich verbunden. Und dann kam Erzengel-Gabriel durch und bei Erzengel-Metatron kannte ich, das kommt, das kommt langs, das baut sich sehr auf und es kommt. Und das ist auch nicht, Erzengel-Metatron spricht nicht so sehr schnell. Und ich habe mich da hingesetzt und dann hat es gemacht. Und da war ich fertig. Und es war so einfach und es war so leicht und es war so schnell. Und es war so, was ist denn gerade hier passiert? Und ich war mega überrascht und dachte so, habe ich das ganze Channeling erwischt? Ist alles gut, was ich gemacht habe? Was ist das? Was war das? Es war für mich wirklich sehr, sehr überraschend und ja, vielleicht auch ein bisschen irritierend oder einfach so unerwartet, unheimlich unerwartet. Und habe dann nachgefragt und dann habe ich natürlich dann wirklich auch bei Erzengel-Metatron nachgefragt, weil das war einfach eine sehr vertraute Energie. Und ich dachte, naja, ich frage da, wo ich herkomme und das, dass ich kenne. Und er sagt, nee, nee, das ist alles gut, du hast es richtig erwischt. Und du hast sie auch richtig wahrgenommen. Und ich habe da dann gelernt, dass die Energie von Erzengel-Gabriel einfach eine sehr einfache Energie ist. Gabriel macht dir die Kommunikation nie schwer. Ja, wenn du mit Gabriel kommunizieren möchtest, dann wird es ganz einfach gehen. Es ist nicht so, dass sie unkommunikativ wäre oder dass du ihr irgendwelche Wörter aus der Nase ziehen musst oder so. Gabriel kommuniziert und sie kommuniziert kraftvoll und schnell und sehr, sehr klar. Und das ist eben auch so eine ihrer Aufgaben, die sie mit sich bringt. Sie bringt nämlich mit sich eben, dass du in eine kraftvolle Kommunikation kommst. Sie bringt mit sich, dass du dir selbst wirklich deinen Worten vertraust und dass du auch in die Manifestation gehst. Weil das Halschakra, ich kann es wie nicht oft genug sagen, ist unser Zentrum der Manifestation. Wenn wir das aus dem Human Design angucken, aber auch wenn wir uns das einfach mal überlegen. Im Halschakra kommunizieren wir und manifestieren wir, weil alles, was wir denken oder sprechen, geht irgendwo über das Halschakra raus. Und damit wir etwas manifestieren können, müssen wir es kommunizieren. Das ist der erste Schritt der Manifestation, selbst wenn das nur ein Gedanke ist. Und Erzengel Gabriel kann dich dabei eben sehr, sehr gut unterstützen. Also wenn du Probleme hast mit der Manifestation, wenn du das Gefühl hast, hey, ich kann nicht wirklich kommunizieren oder ich habe Mühe, mich klar auszudrücken oder irgendwie rede ich halt, aber ich finde nicht die richtigen Worte oder die Leute hören mir auch nicht zu, dann ist Gabriel eine wunderbare Engelin an deiner Seite, die dir hilft, dich klar auszudrücken und auch gehört zu werden und wirklich wahrgenommen zu werden und deine Nachrichten zu überbringen, weil sie ist eine Überbringerin von Botschaften und das hilft sie dann auch dir, die Botschaften zu übermitteln. Also da kannst du dich sehr auf Gabriel auch konzentrieren. Du hast es schon gehört von mir und du nimmst es ja sicher auch von der Energie wahr, die ich vermittle und das ist ja immer die Energie, die ich bekomme, die ich vermittle. Gabriel ist super spielerisch, super freudvoll, die liebt es, das Leben zu genießen und das ist auch etwas, wo sie dich so an die Hand nimmt, genieße das Leben, geh es entspannt an, geh es langsam an, geh es gechillt an, habe Freude an dem, was du machst. Das ist so etwas, das Gabriel wirklich ganz, ganz fest an deiner Seite machen kann und wo sie sehr, sehr an deiner Seite auch ist. Sie hilft dir auch, die Führung für dein eigenes Leben zu übernehmen und da kommen wir so ein bisschen in ein ernsteres Thema. Es geht wirklich auch darum, dass du dein Leben umsetzt und dass du die ersten Schritte tust auf deinem Leben und auch da ist Gabriel eine sehr schöne Führung an deiner Seite und eine wunderbare Mentorin. Wir werden nachher nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was Gabriel als Mentorin an deiner Seite machen könnte. Wo sie aber eben auch noch stark ist und deswegen will ich da zuerst darauf eingehen, ist im Kinderwunsch. Also wenn du einen Kinderwunsch hast, wenn du schwanger bist, wenn du kurz vor der Geburt stehst, wenn du vielleicht gerade Eltern Mutter, Vater geworden bist, wenn du auch ein Kind verloren haben könntest, dann ist Gabriel eine wunderbare Engelin an deiner Seite. Sie unterstützt diese Themen sehr und sehr liebevoll und auch auf eine sehr, sehr offene und tabulose Art und Weise. Also da geht es nicht darum, dass du dich irgendwelchen sinnlosen Bedingungen unterordnen solltest oder dass du irgendwelche Konzepte befolgen musst, sondern Gabriel wird dich sehr individuell in deinem Kinderwunsch unterstützen und auf diesem Weg auch, weil ein Kinderwunsch ist ja erst der Anfang und dann versuchst du schwanger zu werden und dann wirst du schwanger und dann kommt das Kind irgendwann zur Welt. Es ist ja ein ganz langer Prozess und da auch für dich wirklich zu erkennen, hey, da hast du eine Engelin, die wirklich wunderbar an deiner Seite stehen kann und dich sehr gut unterstützen kann und dich mit begleiten kann. Ich würde es mal sagen, dass sie dich begleiten kann. Die Energie von Gabriel ist für mich, wie gesagt, spielerisch. Es ist sehr so freudvoll. Es ist irgendwie, überschwänglich ist nicht das richtige Wort, aber es ist eine freudvolle, kraftvolle, spielerische und sehr begeisterungsfähige Energie, die aber gleichzeitig super klar ist und super rein. Gabriel hat eine super klare Energie. Das ist zwar begeisterungsfähig und das ist freudvoll, aber es ist nicht unklar, es ist nicht unrein. Es ist eine klare, reine Energie, mit der du dich sehr gut verbinden kannst und die du sehr gut wahrnehmen darfst für dich in deinem Leben. Aber es geht nicht nur um die Kommunikation, um dich auszusprechen und deine Worte zu finden oder dich klar auszudrücken, sondern es geht eben auch um deine Hellsinne und deine intuitiven Fähigkeiten. Gabriel kann dich auch wirklich unterstützen, deine Intuition zu stärken, dein Hellhören zu stärken, dein Hellwissen zu stärken, dein Hellfühlen zu stärken, dass du eben auch wirklich intuitiv besser wahrnimmst, weil die Intuition ist die Verbindung zu deiner Seele und auch zu den Engeln und zu dem, was du wahrnimmst. Und auch das gehört zu Gabriel mit dazu und da ist sie sehr, sehr hilfreich. Gabriel hat diese klare Energie und diese reine Energie und sie hat eine sehr tröstende Energie auch. Also sie ist so sehr, sie bringt viel, viel Hoffnung und sie bringt auch sehr viel Trost, wenn es gerade mal schwierig ist. Also wenn du merkst, ich bin da an einem echt schwierigen Punkt in meinem Leben, dann ist Gabriel diejenige, die dir Trost bringen kann und die dir auch hilft, in die Veränderung und in den Neubeginn zu gehen. Manchmal muss man durch einen Prozess gehen, der wehtut, da ist sie mit Trost in deiner Seite, der Hoffnung braucht, der Neubeginn braucht und der auch Veränderung braucht. Und da ist Gabriel eine wunderbare Engelsdame, die da an deiner Seite ist und dich unterstützt und dir hilft, wirklich auch wieder eine neue Perspektive zu haben. Verbinden würde ich mich, indem ich einfach mit ihr spreche. Gabriel ist wirklich ein Engel, der es dir niemals schwer machen wird. Das ist wirklich so, dass du sagen kannst, hey, ich brauche dich an meiner Seite, ich habe das und das Anliegen. Natürlich ist es schön, wenn du ein Ritual machst oder wenn du dir Zeit nimmst für eine Meditation, aber Gabriel ist da wirklich unkompliziert. Sie wird nicht von dir verlangen, dass du dreimal rückwärts auf einem Bein um dein Haus hüpfst und das viermal am Tag, damit du dich dann irgendwann nach zehn Wochen verbinden kannst, sondern sie ist einfach da und wenn du sie bittest, dann wird sie auch kommen und dich unterstützen und dir helfen, das wahrzunehmen, was du brauchst in deinem Leben. Und als ich mich so vorbereitet habe für die Podcast-Folge, habe ich so gefragt, naja, wie kann man sich denn mit dir verbinden? Und eigentlich dachte ich, dass ich eine Art Ritual bekomme oder so, das habe ich nicht. Ich habe gehört, verbinde dich einfach. Sie zeigt mir auch eine weiße Feder. Also eine weiße Feder ist etwas, das sie sehr, sehr gerne als Verbindung dir gibt oder auch bekommt. Also wenn du jetzt spazieren gehst und dir eine weiße Feder vor die Füße fällt, dann wäre das ein schönes Zeichen von Gabriel. Aber auch wenn du eine, du kannst sie auch kaufen und ihr geben quasi, dann ist es auch für sie ein schönes Zeichen, dass ihr miteinander in die Verbindung gehen wollt. Ich habe aber eben gefragt, wie kann man sich denn mit dir verbinden? Und dann habe ich so eine spannende Antwort bekommen. Sie hat nämlich gesagt, naja, ich stelle mich auch gerne als Mentorin zur Seite der Menschen. Und das war natürlich für mich so ein, what? Erzähl mir mehr darüber. Da will ich mehr wissen darüber, weil das ist etwas, das meine Hörer lieben. Und wenn das jetzt auch etwas ist, was für dich hilfreich und toll ist, dann bitte ich dich darum, mir einen Daumen hoch zu geben und mir zu sagen in einem Kommentar, was es dir bringt, weil das ist für mich hilfreich, wenn ich weiß, ob diese Beiträge, die ich da mache, für dich gut sind. Und wenn du mir ein Abo dalässt, dann weiß ich einfach, ich mache weiter damit und das kostet für dich ja auch nichts. Mir macht es aber riesig Freude. So, und Gabriel hat eben gesagt, ich bin super gerne als Mentorin an deiner Seite. Und da geht es auf der einen Seite wirklich so um diese individuelle Führung. Und ich fand das so toll, dass sie das gesagt hat. Sie hat so gesagt, ich bin sehr individuell und hat gesagt, weißt du, jeder Mensch macht seine eigene Reise. Jeder Mensch macht seine eigene spirituelle Entwicklung. Jeder Mensch hat seine ganz individuellen Herausforderungen. Und ich bin an der Seite der Menschen, um wirklich durch diese Individualität zu gehen und durch diese Prozesse zu begleiten, ohne irgendwelche Bedingungen, sondern einfach an der Seite. Wir gehen quasi wie zusammen. Wir machen diesen Weg zusammen. Und sie hilft dir dann dabei, erstens für dich klar zu kommunizieren, aber eben auch in eine Klarheit zu kommen. Und sie hat gesagt, Klarheit und Kommunikation. Ich habe gesagt, naja, darüber haben wir vorher schon gesprochen. Und dann sagt sie, nein, nein, es geht darum, dass du, wenn du in einem Veränderungsprozess bist, wenn du in einem Transformationsprozess bist und wenn du dich entscheidest, Gabriel als Mentorin an deine Seite zu holen, dass sie dir hilft, in eine eigene Kommunikation, also in eine Kommunikation mit dir selbst zu kommen, die sehr klar ist. Also, dass du für dich selbst sehr klar bist. Und das heißt eben auch, dass du die Wahrheit für dich selbst kommunizierst und keine verschönte Verdrehung der Wahrheit. Also nicht, dass du dich selbst immer als Opfer darstellst, es eigentlich aber gar nicht bist, sondern dass du wirklich sehr authentisch und klar auf dich selbst guckst und eine sehr klare Perspektive hast. Und dann in eine sehr klare Kommunikation gehst. Also es geht darum, dass du dich selbst, sie zeigt mir so dieses Bild von ich nehme einen Schleier weg, damit du dich sehr klar sehen kannst und damit du dann in eine sehr liebevolle Kommunikation mit dir selbst gehen kannst. Denn das ist ja das Problem. Also häufig ist es so, dass wir nicht uns selbst klar sehen möchten, weil wir Angst haben, dass wenn wir uns klar sehen, dass wir dann irgendwie böse zu uns sein müssen und nicht mehr liebevoll sind. Und bei Gabriel geht es genau um das Gegenteil. Es geht darum, dich klar zu sehen und dann trotzdem liebevoll mit dir zu sein und deine Schwächen genauso zu lieben wie deine Stärken. Sie hilft dir aber auch sehr, in die Kreativität zu kommen. Sie hilft dir wirklich, deine Ideen umzusetzen, aber auch über den Tellerrand rauszugucken und andere Ideen zu haben oder andere Wege auszuprobieren. Und wenn Gabriel von Kreativität spricht, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass du jetzt anfängst, Bilder zu malen, obwohl das bestimmt schön wäre, sondern es bedeutet, dass du über den Tellerrand rausziehst, andere Wege gehst, dich öffnest für neue Ideen, neue Möglichkeiten und neue Wege auch und einfach ausprobierst. Es geht darum, dass sie sehr, sehr inspirierend ist für deine Kreativität und auch wirklich sehr unterstützend. Und gerade wenn du gerne schreibst, weil sie ja eben eine sehr kommunikative Engelin ist, ist es etwas Superschönes, aber es muss überhaupt nicht Schreiben sein. Es darf alles sein. Es darf sein, einfach nur dein Leben kreativ anschauen und kreative Wege zu gehen, okay? Sie sagt aber auch, ich bin dabei bei Heilung und Transformation und natürlich geht es so ein bisschen einher. Ich habe mir einfach Stichworte geben lassen von ihr, damit ich mit dir darüber sprechen kann und sie nicht vergesse. Und natürlich geht es einher, dass wenn du in einem Transformationsprozess bist, dann geht es ja auch um das Thema Heilung. Du wirst vermutlich nicht in einem Transformationsprozess sein und sagen, mir geht es von A bis Z gut, sondern meistens, wenn wir Transformationen haben, dann ist da immer auch ein Thema mit Heilung mit dabei, wo wir genauer hingucken müssen, wo wir in die Heilung gehen dürfen, wo wir gucken dürfen, hey, was ist hier noch nicht wirklich in der Heilung und wo darf ich hier noch sanfter mit mir selbst sein? Und auch da ist Gabriel einfach sehr, sehr tröstend und liebevoll an deiner Seite. Und da sie ja eben auch eine Art Schutzengelfunktion übernimmt in der Zeit, in der sie da als Mentorin an deiner Seite ist, kann sie dich natürlich auch vor negativen Einflüssen schützen. Sie kann dich schützen, wenn du auf einem Weg bist, der auch länger dauert. Also es ist so ganz süß, weil als sie gesagt hat, ja, ich kann als Mentorin an der Seite sein, das war für mich so ein Aha, wie ein Coach. Und dann sagt sie, ja schon, aber unter drei Monaten sprechen wir hier also nicht. Und ich fand es so lustig, wie sie das gesagt hat, weil es ist für mich so wie ein Coaching ist, so wie eine Begleitung ist über eine längere Zeit. Und natürlich, wenn du jetzt eben durch eine Phase gehst, die super anstrengend ist, dann ist es auch schön, wenn du einen Engel an deiner Seite hast, der dich dann wirklich auch durch diese Zeit begleitet und ja, bei schwierigen Entscheidungen mit dabei ist, an Wegkreuzungen mit dabei ist, der dabei ist, wenn du glücklich bist mit der Entscheidung, die du getroffen hast, wenn du merkst, ja, ich habe meine Klarheit verloren oder ich habe nicht mehr so kommuniziert, wie ich kommunizieren wollte, dann ist sie immer an deiner Seite und unterstützt dich und beschützt dich. Und ich verstehe es dann auch wieder, wenn sie so lacht und sagt, also unter drei Monaten sprechen wir gar nicht, weil sie ja eben auch so der Engel ist der Schwangerschaft und der Geburten des Kinderwunsches. Und das ist ja eben auch ein längerer Prozess. Eine Schwangerschaft dauert nun mal 40 Wochen und man ist ja nicht vom Moment des Kinderwunsches an sofort schwanger, sondern das kann ja eben auch ein, zwei, drei Jahre dauern oder sogar noch mehr. Und da ist sie ja eben auch für eine längere Zeit mit dabei und das ist ihre Energie. Also sie begleitet, sie begleitet super gerne, aber sie begleitet gerne auch für eine längere Zeit eben in einer Art Mentoring oder Coaching, wenn wir das Neudeutsch nennen wollen und ist da sehr gerne an deiner Seite. Wenn du sagst, hey, mir sind die Engel vielleicht auch noch so ein bisschen fremd oder nicht so geläufig oder so, dann ist Gabriel ein Engel, mit dem du dich wunderbar verbinden kannst, weil sie macht es dir einfach einfacher. Also wenn du sagst, hey, ich will mit einem Engel in den Kontakt gehen, der mir das Leben wirklich einfach macht, Gabriel ist die Lady an deiner Seite und sie wird dich unterstützen, in eine sehr einfache, sehr liebevolle, sehr achtsam und sehr, sehr klare Verbindung zu geben. Ich freue mich riesig darauf zu hören, wie deine Erfahrungen sind mit Erzengel Gabriel, wie du Gabriel wahrnimmst, was für Erlebnisse du mit Gabriel hattest, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass so viel Klarheit und sehr, sehr viel Kommunikation gekommen ist und ja, schreib mir das in die Kommentare. Ich freue mich mega darauf, sie zu lesen und würde in dem Sinne für heute diese Podcast-Folge beenden mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. Denn Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!